Rückweg hier rein sneaken auf die Mannschaften. Und den Reinhard hat es zerlegt. Das ist nie gut. Die Bubble ist aber noch da. Das ist cool. Ich finde das gut, dass die Bubble auch nach eurem Tod noch unterwegs ist. Wer holt den? Natürlich wohnen sie jetzt den Punkt. Viel zu weit. Viel zu weit, bis ich da bin. Lauf! Lauf! Moira! Moira! Genau. Bubble reingeschleudert. Was er jetzt offiziell ist. Alles gut. 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 Jetzt mich zerrissen. Scheiße. Keiner mehr da von uns. No. Komm schon. Irgendeiner springt da rein. Haltet sie auf. Uffalte! Wir müssen alle Opfer im Namen der Gegner der anderen verloren. Schlecht. 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 Oh Mann. Oh Mann. Die sind schon wieder da. Naja gut, ich meine okay. Okay. Wir haben die Runden davor immer gut gewonnen. Alles cool. Wenn wir jetzt halt mal verlieren, ist auch okay. Ist nicht schlimm. Schlecht. 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 Selbst unser Reinhard geht da unten. Ich bin noch nicht tot. Ich bin noch nicht tot. Ja du weißt doch gerade erst. Oium. Ich bin noch nicht tot. Schlecht. Wieъ sucks. Weißt du euch. fearscheidbar, na, uuhhh uuhh 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 uuhuhuh ist der reaper misst wo seid ihr los rein 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 leute der riefer alle wohl auf alle wohl auf alles passt nur auf das jetzt nicht wieder von rechts mist jetzt kommen sie von rechts und keiner ist sonst am start der riefer das gerade erst mal wieder richtig verlieren wir definitiv jetzt sind sie alle hier und wir misst Boah, voll aus dem Leben geschossen. Habt ihr das gesehen? Alter Schwede. Einmal durch die halbe Möp geflogen. Ja, das ist eine Anna oder eine Widowmaker da hinten. Von oben. Das war's. Schade. Schade. War aber eigentlich eine coole Runde. Naja, gut. Man kann ja nicht immer gewinnen, Leute. Also wir haben davor, glaube ich, zwei oder drei Runden gewonnen. Das haben sie gut gemacht. Eine Stunde hat geschlagen. Und er von da oben natürlich. Perfektes Schlusswort gehabt. Das willst du dazu noch sagen. So, jetzt ist die erste Dose. Endlich alle. Aber eine werde ich mir jetzt noch öffnen. Und zwar... Zitrone. Ultra-Zitrone. Mal gucken, wie die so schmeckt. Fast schon wie normale Sprite oder so. Ja, völlig okay. So. Wir sind auf Übungsgefecht. Ich möchte ja eigentlich noch mal mit meiner Diva spielen. Du- 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 du mit Junkrat habe ich noch nie gespielt ok Junkratown, was spielen wir? Angriff oder Verteidigung? Angriff Das ist echt Wahnsinn, wie schnell das Handy durch Twitch weggesaugt wird Du wirst aber Chrome weitergeleitet Jetzt will ich mal sehen, ob das Game noch aktiv ist Wir sind noch aktiv Ja, wenn wir Level 57 haben werde ich noch mal die Box öffnen oder ich glaube zwei Boxen haben wir, ne? Zwei Boxen haben wir am Start Hier scheint der Torbjörn zu schlafen Was mir hier im Spiel gefehlt hat, bin ich ehrlich zu euch Die haben so viele coole CGI-Movies oder Digital Comics Dass man die nicht vom Spiel aus selber irgendwie angucken kann Dass das nicht im Spiel integriert ist, finde ich ehrlich ein bisschen schade Das hätte man ruhig machen können, finde ich Hier wird's gleich lauutsch Die Junge kommt zu Kappa Dich hat's zerrissen Weil die gute Meura wieder am Start ist In diesem Fall Die Ultraschnege Superb, superb, superb Weg mit den Heilern Weg mit den Heilern Ja, schön Kirstreak, fünf Spieler Für Dax Schneide Sind wir die Schachtflicks abgeliefert? Sind wir schon da? Na los, abliefern Ging mal schnell Die Lever-Smacker ist raus Wo gucken wir jetzt rum? Da hinten Guck mal den Wagen her Ich denke also Ich denke also Ich brüfe euch meinen Willen Der Brachtfortschritt muss Priorität haben So geht das Spiel Meine Hand ist überall Alle Regler auf Anstalt Killstreak Acht Spieler Ja Ja, das war gut Da hab ich mich doch mal gut gehalten Im Angesicht eines Rückschlags Muss man bisherige Annahmen radikal überdenken Nein, das musst du nicht Wir laufen eigentlich ganz gut momentan Ich bin für die Fracht Die Bracht hat den Chefkonferen Und wir sind nämlich schon mal ein bisschen Chefkonferenz Ein Wille-Manikin Sterne-Valance-Tries Schnecke Im Rage-Modus Macht sie alle fertig Wo seid ihr? Traut euch, traut euch Schön den Wagen weitergeleiten Schön weitergeleiten Schön weitergeleiten Oh, schnell weg Die war im Explosionsmodus Am Start Fähigkeit ab Tief Macht der Zerstörung Nur die Raube Die Raube Die Raube Die Raube Steuert unser Alter, das war ein richtig geiler Alter, was ne Runde Was ne Runde, Alter Richtig nice Richtig nice, Alter Ich sag's euch Ey, ich hab grad einen neuen Lieblings-Char In Moira gefunden Ganz ehrlich Wahnsinn Das läuft mal einwandfrei Würde ich sagen Einwandfrei Die Runde Ich geh das Bis zum nächsten Mal Entlige wenn dir seinen